Was geht ab, Leute? Heute ist soweit. Wir machen heute das verrückteste BMG-Video aller Zeiten. Denn wir haben einfach die verrücktesten Monster am Start zwischen Megalodon, Godzilla und viele, viele mehr. Um die zu besiegen, müssen wir probieren, mit unseren Fahrzeugen in ihre Münder reinzufahren. Wenn ihr glaubt, dass wir das schaffen können, dann lasst uns auf jeden Fall einen dicken Daumen nach oben da. Lass uns heute mal die 4000 Likes schaffen und jetzt viel Spaß mit dem Video. Yo, Kasper! Was geht, wenn es geht? Oh mein Gott, was ist das denn da? Du bist da links, da links. Alter, der Titan, der Riesenwurm. Was ist das denn Riesen? Oh, 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 oh. Wo bist du? Alter, wir wurden ausgefuttert. Wir müssen hier weiter nach links fahren. Wir müssen nämlich probieren, mit der Rampe in jedem Mund von jedem Monster. Alter, das ist sogar Godzilla, sehe ich gerade. Und das ist Megalodon. Alter. Okay, komm. Oh nein! Ich fahr trotzdem ein! Oh, ich hab's! Ich hab's! Sehr gut! Nummer 1 haben wir schon mal besiegt. Erstes Monster haben wir besiegt. Ich würde sagen, ich geh jetzt mal schön mit einem neuen Fahrzeug heran. Oh, random Wiggle. Okay, hab ich mal gespannt, dass das Fahrzeug nicht fahren kann bei mir. Ah, perfekt. Digga, was hab ich denn jetzt gezogen hier? Ich hab hier so einen kleinen Monster Truck oder sowas. wenn das aber das ist langsam und kurz kurz über 30 fährt das teil nicht wo ist der bär als nächstes bisschen in den mund rein ich muss hier ein neues fahrzeug nehmen ich schaffte aus diesem winkel nicht oder vielleicht doch nein ich bin fast ein bisschen ein bisschen weiter links fahren okay wo ist der bär da ist der bär genau schön die rampe mitnehmen ich komme ich komme ich komme ich komme ich komme das zählt aber das zählt bei den nächsten monstern wieder nach oben nächstes in den magen glaube ich rein das heißt hier sollte ich weiter links fahren wir haben hier ein high ein mega load on ein mega load on ok ok das ist sehr krass ich nehme auf jeden fall ein neues auto oder ich nehme auch random config ich habe mir ein neues geholt ich mir auch zeig mal was kriegst du ich habe einen bus was hast du ich habe einen bus bekommen so ein subaru oder so oh gott oh gott ok aus dem weg da ist er da ist er ich bin hungrig alter wie krass der auf auf wie krass der aussieht oh nein nein wow er frisst mich direkt ich habe dich gefressen zeig mal zeig mal ich bin gegen seinen zahnlader geflogen du hast dich perfekt geschubst ich habe mich direkt aufgegessen kein problem hier kein problem oh gott oh gott ja und oh 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 alter wie ich auf dich aufgeflogen bin nicht schlecht weiter geht es jetzt hier zum nächsten und zwar haben wir ich glaube jetzt eine schlange oder so ne ne schlange die schlange ist dann eben ja die schlange ist hier ja ja random config oh gott oh gott oh gott oh gott ey ich krieg schon wieder so ein bus ok was habe ich jetzt hier random config ich habe jetzt auch so ein bus was ist denn das ok naja gut ich meine immerhin ne ist ja besser als nichts alter was machst du rückwärts vorwärts was machst du neiii Alter, wie wie dein Auto aussieht. Ich wollte wenigstens ein bisschen wegstoßen, das hat nicht geklappt. Okay, los. Hinter mir. Ja! Ich bin in der Schlange. Okay, ich komm. Ich komm, ich komm. Alter, die geht richtig tief runter. Und rein hier. Ich bin doch noch mal ganz durch zu kommen, muss ich überleben vielleicht. Oh mein Gott. Den Sprung schaffst du noch niemals. Oh, ja, ja. Oh, die jetzt hier durchs. Oh, wow. Alter, wie weit kommst du da? Alter, dieser Schlange sieht sehr interessant aus. Oh, der ist komplett runtergeschluckt. Okay, komm, wieder zurück. Jetzt kommt einfach Godzilla, ne? So, ich muss einfach ein neues Fahrzeug nehmen, was vielleicht ein bisschen mehr Power hat. So, ich bin auf meinem Weg jetzt hier mit dem neuen Fahrzeug. Ich bin auch am Start und zwar mit einem Amerikabus. Oh Gott. Okay, warte. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, ich fahre jetzt hier runter. Nein, wow. Wir müssen jetzt in den... Wow, wow, wow. Alter, als ob du den Bus bekommen hast. Ich habe diesen krassen Bus bekommen. Oh mein Gott, nein. Ich bin in Godzilla drin. Bist du schon drin? Bist du reinkommen? Okay, okay. Ich bin reingeflogen mit dem Fahrzeug. Oh, jetzt mit Turbo gleich. Oh mein Gott. Das schaffst du nicht. Oh, ich komme nicht rein mit dem. Du bist mit dem Bus viel zu dick. Du bist mit dem Bus viel zu dick. Okay, warte, langsamer, langsamer, jetzt. Oh, oh, oh. Nein, du triffst es doch nicht mal. Oh Mann, na gut. Okay. Dann habe ich da wohl noch mal mehr Punkte als du. Das ist ja kein Problem hier. Okay, nächster, nächster. Hier oben. Ey, ich komme... Nein. Jetzt hänge ich mit dem Bus hier oben fest. Okay, neues Fahrzeug. Au. Neues Fahrzeug, neues Glück. So, neues Fahrzeug. Mal gucken. Oh, Alter. Nein. Hä? Ich habe so ein normales. Aber guck mal, das hat Nitro, ne? Ja, davon merke ich ja gar nichts. Ja, hinten ist eine Nitro-Flasche drauf. Siehst du doch. Okay, jetzt haben wir einen T-Rex. Jetzt sind wir einen T-Rex hier. Stimmt, stimmt, stimmt. Oh, nein. Nein, ich schaffe es auch nicht. Ich brenne auch direkt. Alter, und brennt so direkt. Okay, ich musste... Ey. Ich musste noch weiter nach links fahren. Ja, ich habe die Rambau und schräg genommen. Alter, ich bin immer noch schräg. Noch ein Ticken weiter sogar noch. Okay, also sage ich mal hier. Oh, ich habe gut gehandelt. Gut gehandelt. Ah, nein. Ich habe die Zähne berührt. Da ist der T-Rex. Oh, Gott. Ich habe ein gutes Gefühl jetzt. Ich habe ein gutes Gefühl jetzt mit dem Ding. Oh, ist die Rampe? Da ist sie. Okay. Das schaffst du niemals. Oh, ja. Ja, nein. Ich glaube es euch. Gegen die Zähne. Ich glaube, du brauchst ein anderes Fahrzeug. Nein, nein, nein. Ich schaffe das mit dem. Ich schaffe das mit dem noch. Oh, Gott. Mein LKW ist zu langsam hier. Mein LKW ist leider viel zu langsam. Du musst nur ein bisschen mehr Speed mir holen. So. Okay. Ist das so? Jaaa, hast du dir ein neues Fahrzeug geholt oder was? Oh Gott, hau ab! Lass das! So! Jetzt komm schon, ja du schaffst es mit deinem Ding nicht! Klar! Hau ab! Guck! Oh Gott! Oh Gott! Hallo Mr. T-Rex! Kaspar! Wow! Ja! Ja! Oh mein Gott! Ich bin aufgespießt! Und du? Ich falle in den rein! Ich bin drin! Ich bin auf den Zehen aufgespießt! Alter, was? Okay, okay, das zählt auch, das zählt auch. Das zählt, okay. Komm, zum nächsten, zum nächsten. Was haben wir da? Okay, wir haben jetzt als nächstes so eine krasse Krake oder sowas, ne? Ich denke, dass du hier oben ein Fahrzeug nimmst, ne? Ja, ja. Gott, du wühlt dich da auch grad hoch. Okay, neues Fahrzeug, ja. Ich schnapp jetzt hier ein random vehicle, mal gucken, was kriege ich. Ah, so ein normales oder so ist das. Oh! Ich hab so ein Subaru oder sowas gekriegt. Es ist kein Subaru. Oh mein Gott! Das ist aber krass, wo ist das Ding? Alter! Was ist das für ein Ding? Ohhhh, was ist das? Was ist das für ein Ding? Oh mein Gott! Das ist ein Tentakel, Todi! Ahhhhh! Ahhhhh! Ich mach so den Kickliff, Digga! Ist das gut besser? Ahhhhh! Alter, hab ich da aufgekommen? Okay, ich muss noch ein bisschen besser fahren. Ja, ich hab ein gutes Gefühl, dass ich hier besser abkomme. Ja, so. Oh mein Gott! Oh mein Gott, ich bin direkt hinter dir! Oh mein Gott, ich bin so schnell! Du hast dich so krass gerammt! Ja, hab ich echt krass gerammt! Nein, falsch! Ohhhh! Ohhhh! Das wird ja nichts hier! Aua! So, ich muss noch ein bisschen weiter von links fahren. Jetzt aber ich auch, ich auch! Von hier! Und jetzt! Jetzt bin ich perfekt! Jetzt! Bin ich! Perfekt! Ohhhhh! 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 Oh mein Gott! Ohhhhh! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Fahr noch! Okay, aufgefuckt hat! Ich will es schaffen! Ich will schon rein! Dann los! Dann los! Oh Gott! Jetzt! Ich muss so ein bisschen abbremsen! Ich war am Ende zu schnell rauf! Ohhhhh! Und abbremsen! Ohhhhh! Ja! Jaaaaa! Oh mein Gott! Kommst du gut? Nein! Ich war zu weit links! Egal! Okay, komm! Wir fahren zum nächsten! Zum nächsten! Zum nächsten! Oh! Auf Fleisch fressende Blume oder was? Okay! Random Vehicle! Random Vehicle! Das kriege ich! Oh Gott! Das ist ein normales Auto! Ich habe ein Audi bekommen! Alter! Oh mein Gott! Der ist sogar übel schnell! Boah! Das ist ein Drag-Auto! Oh mein Gott! Das ist extrem schnell! Wow! Jaaa! Und direkt auf! Nein! Nicht ganz! Nicht ganz! Ist auch nicht ganz! Ist der Scheller muss ich sein! Der Ding ist, dass es anhört! Ja, ne? Ohhhhh! 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 Du schaffst es! Sehr gut! Alter, ich bin in drinnen! Ich sehe es! Alter, sieht jetzt krass aus! Ich will auch nochmal fahren hier! Alter, das Ding! Das Ding ist so aggressiv laut! Ohhhhh! Ohhhhh! Bitte, bitte! Diesmal bitte rein! Bist du bitte rein? Zack! Oh mein Gott! Nein! Ich häng dir! Ich komm perfekt! Ja! Mann! Nein! Aufgefuckt! Alle guten Dinge sind 3 oder so! Okay, okay, okay! Was geht's? Also echt! Oh Gott! Oh Gott! Oh mein Gott, Digga! Gefährlich! Gefährlich! Ja! Jetzt aber! Komm schon! Ja! Nein! Ich hab dir den Zahn weggehalten! Du bist genau reingekommen, ne? Alter! Wie tief geht das da? Guck mal! Junge! Das ist so extrem tief! Boah! Krass! Da verschlingt sie dich! Mit dem Blumenmagen! Ich wurde verschlungen! Ich wurde verschlungen! Sehr stark! Sehr stark! Komm weiter zum nächsten! Was haben wir da? So ein Dinosaurier oder so, ne? Sieht aus wie so ein Pferd oder so! Das ist ein Dinosaurier aus der Urzeit, glaub ich! Mit so einem Sattel oder sowas! Okay! Random Weakle, ja! Oh! Krass aus! Alter! Schaffst du direkt mit deinem oder was? Pfff! Oh Gott! Ich schaff hier! Ich schaff hier! Oh Gott! Nein! Oh Gott! Ich hab flieb perfekt! Wow! Und rein! Alter! Direkt aufgefuttert! Geht's da rein? Geht's da rein? Komm nur bis hier! Aber wir haben trotzdem geschafft! Ich komm! Ich komm! Oh Gott! Dein Auto! Oh Gott! Wie driftest du? Oh drüber! Jawoll! Wow! Guck mal, es hat echt so ein Sattel auf! Siehst du das? Ich seh's! Alter! Okay, komm zum nächsten! Okay, wir haben jetzt noch! Und ich glaub, da haben wir... Alter! Was ist das? Ist das Skelett Ding da oder was? Ne, ist da direkt daneben! Okay, okay! Random Config! Ich hab ein neues! Ich hab jetzt auch ein neues! Boah! Alter! Nicht gerne abgeben würde! So, wir haben einen! Boah! Alter, was hast du denn für ein Ding? Boah! Hab ich ein krasses Auto bekommen! Zeig mal da eins! Taxi! Alter, Alter, das ist zu schnell, ne? Alter, was ist das denn? Was ist das denn? So ein Fisch! Alter! Das sieht richtig komisch aus! Wow! Easy! Das war zu leicht! Komm, wir machen direkt den nächsten, oder? Das war echt sehr, sehr leicht! Wir machen direkt den nächsten jetzt hier! So! Das Skelett! Das Skelett! Das Skelett! Oh Gott, das Skelett! Das ist ein Predator! Das ist ein Predator! Alter, der sieht richtig schwierig aus! Das ist übel schwer! Das ist übel schwer! Das ist übel schwer! Okay, wir waren viel zu weit rechts! Nein! Bitte! Nein! Nicht geschaut! Au! Ich auch nicht! Au! Weiter nach links! Ja, nochmal! Genau! Deutlich weiter nach links! Ab hier oder so, oder? Ab hier vielleicht? Und ab hier ist gut! Ab hier ist gut, glaube ich! Okay! Oh Gott! Oh Gott! Komm schon! Ich weiß nicht, ob man zu schnell fahren kann dafür! Doch, bestimmt! Ja! Taxi! Ja! Die habe ich direkt aufgefuttert, Digga! Wie, bei mir bist du denn eigentlich reingeflogen? Ja! Ich bin doch drin! Guck mir hier zu! Ich bin doch hier drin! Du musst doch ganz durchfliegen oder nicht? Ja, geh nicht! Man kommt nur bis hier! Man kommt nur bis hier! Los! Ja! Du bist zu langsam! Mein Taxi scha... Aber ich häng dran! Immer hängst du! Ich häng dran! Lass mich erzählen! Okay, jetzt brauche ich noch ein neues Fahrzeug! Ich brauche jetzt ein neues Fahrzeug! Ich behalte jetzt mal eine Runde! Das ist nämlich so krass! Hey, das ist schon zwei Runden jetzt behalten! Ja, okay! So, random config! Zeig mal, was kriegst du? So, wir haben jetzt hier... Okay, ich bin froh, dass ich das nicht behalten habe! Wieso? Junge! Ich habe einen Jester oder so ein Königseck oder sowas bekommen! Wo bist du? Alter! Oh, das ist ja ein Offroad-Auto! Okay, auch nicht schlecht! Los geht's! Ey! Was ist das? Was ist das? So ein Golem oder was? So ein Titan! Alter, was? Wie wird der denn aus? Oh mein Gott, Digga! Oh mein Gott, Digga! Oh, da kannst du auch komplett reinfahren! Und man brennt direkt! Ich kann jetzt gar nicht kontrollieren! Wie fährst du? Gott, ey! Wie fährst du hin? Aua! Brennt man direkt! Okay, nochmal! Es ist aber schwierig, das Ding zu kontrollieren! Oh, ab! Digga! Ey! Unkorrekt! So, jetzt aber! Ich sag dir, ich komme genau rein! First, second try! Second try! Ah, ich schaff's wieder nicht! So, warte, ich muss jetzt hier! Oh! Wow! Ich bin drin! Mein Ding hat viel zu viel PS! Halt's auf! Oh mein Gott, wie das hier aussieht! Weil es brennt! Alter, das sieht so krass aus! Zeig mal! Oh! Nein! Peter, Digga! Du hast es so close geschafft! Komm nochmal! Digga! In dem Fall brennt man einfach direkt! So! Zeig mal jetzt, was du kannst! Alter, war jetzt so schwierig zu kontrollieren, Alter! Oh Gott! Komm, komm! Rauf da! Oh! 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 Alter! Oh! Oh mein Gott! Du hast auch geschafft! Ja, ich bin auch drin! Stark, stark, stark! Stark, stark, stark! Ich weiß, richtig krass! Und hast du gesehen, was jetzt noch kommt? Der Minecraft Enderdrache, ja! Oh mein Gott! Aber der Doppelköpfige! Also noch krasser! Okay, dann machen wir jetzt richtig krass! Random Config wieder! Okay! Hey! Aufhören! Random Config! Hab gebrückt! So! Was krieg ich? Nochmal ein Polizeiauto! Warte! Nehm ich! Ich einmal umdrehen! Ja! Ich warte hier mal lieber auf dich! Zeig mal, was kriegst du! Und dann Random Config! Ey! Das darf nicht wahr sein! Turbo Burger! Aaaaah! Das ist ein Burger-Auto, Digga! Häng da vorne! Oh Gott! Wir sind viel zu weit rechts! Oh mein Gott! Ich kann gar nicht mehr rüber lenken! Aaaaah! Nein! Ich schaff's dem eben nicht! Okay! Viel weiter links! Viel weiter! Aaaaah! Und jetzt! Noch weiter! Noch weiter! Rein! In! Rein! In! In! Oh! 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 Yippie! Oh mein Gott! Warte! Ich komm jetzt auch! Gewonnen! Ich hab's seit letzter geschafft! Ich schaff das auch mit meinem Taxi! Mit deinem Turbo Burger! Turbo Burger-Mobil! Wohl eher Turbo-Hotdog oder was? Ja! Ich glaub auch! Oh Gott! Alter du hast ja gar keine Kontrolle über das Ding! Oh Gott Digga! Ja! Wie ein Profi! Und rein! Yeah! Wir haben alle Monster besiegt heute! Juhuuu! Juhuuu! Das soll's gewesen sein, Freunde! Wenn ihr von dem Herzen möchtet, lasst gerne ein Like und ein Abo da! Checkt einfach hier das Video aus! Einmal geht draufklicken! Haut rein bis morgen! Ciao, ciao!